Von Buildcraft, der von Extra Utilities ist ein bisschen teurer. Okay, Zahnräder brauche ich dafür, ne? Jo. So. Du musst gucken, es gibt zwei Varianten der Zahnräder. Die eine von Buildcraft, die andere von... Das ist egal, die funktionieren alle, habe ich gesehen. Von Thermal. Die von Thermal ist einfacher zu machen, weniger Crafting-Schritte. Ist mir auch egal, ich nehme die von Build. Also bei der von Thermal musst du nur ein Eisen in die Mitte und das jeweilige Material drumherum. Achso. Ja. Das ist ja dann materialschonender. Ja. Deswegen. Dann mache ich das. Hallo? Ja, außer bei den Diarrädern, da geht's nicht. Da musst du ein Goldrad in die Mitte und Diastro drumherum. Ähm, hast du ein Heart of Darkness? Ja. Wie viel? Eins. Wie viel willst du dafür? Eins. Eins was? Eins. Keine Ahnung. Kannst du es geschenkt haben. Okay. Willst du das Freiwarnportal-Ding machen? Ja. Ja. Mir fehlt wirklich nur noch dieses Herz. Ja, aber ich bin wirklich müde, also ich werde jetzt schlafen gehen. Thermal. Äh, wo bist du denn? Äh, hier. Denne. Ich sag tschüss. Jo. Bis dann. Juh. Bei mir im BM bin ich. Na, alle. Achso. Jo, goodnacht. Ciao. Ciao. Bis dann. User disconnected from your channel. Äh. Muss ich jetzt mal gucken, wo es nach BM geht. Äh. Gold brauch ich. Willst du mich verarschen? Ich hab nur noch... Oh. Wo sind denn meine ganzen Goldbarren hin? Ach, im ME-System, genau. Wo ist mein ME-System? Äh. Entschuldigung. Kein Problem. Boah, wir haben ein Uhr. Boah. Jetzt noch schneiden und rendern. Boah. Muss ja nicht heute machen. Doch. Nein, ich hab schon wieder mein ME-System angelassen. Ah. Es kostet immer so viel Strom, weißt du? Ja. Also ich bin jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, ich finde es auch. Ich bin oben bei meinem ME-System Richtung Eingang. Ja. Ich bin so gesehen nämlich falsch ausgestiegen. Boah, wie viel brauche ich denn dafür? Warte mal. Eins, zwei, drei auf jeden Fall. Drei. Okay. Nur drei. Eins, zwei, drei. Wollen wir mal ein viermal. Wollte gerade sagen, ich sehe dich, aber das warst nicht du. Eins. Zwei. Drei. Nein. Hast du noch Gold? Äh. Ich bin gerade nicht zu Hause. Shit. Ich brauche nur drei Barren und ich will jetzt nichts einschmelzen. Äh. Ich kann aber gleich mal gucken. Ey, ich, nee, ich gehe jetzt schmelzen. Ich bin hier unten beim ME-System, aber... Ja, ich bin jetzt bei der Schmelze. Ich bin jetzt zur Schmelze gerade rüber gerannt. Bitte lass mich hier noch Gold haben. Wenn ich nicht sterbe, ist alles gut. Ich fülle alles raus. Äh. Kacke. Nee, in der Schmelze stirbst du nicht. Da ist nur Gizmo gestorben. Da ist Gold. Äh, ich... Ja, ich sehe dich. Hallöchen. Was wolltest du jetzt noch mal haben? Äh. Moment. Ja, es ist noch mal. Boah, es ist zu spät am Abend. Ich kann mir jetzt nicht mal merken. Äh, Heart of Darkness. Ah, Heart of Darkness, genau. Hier. Ja, danke. Habe ich sogar vorhin gedroppt gekriegt. Und dachte so, ah, das kann das Schlimm-Sirup brauchen. Stimmt auch. Nee, ne? Ah. Jetzt ist auch noch mein... Schmelzofen leer. Komm, pump neues rein. Wieso funktionieren meine Pumpen nicht? Hä? Wieso funktioniert das nicht? Kannst du mir sagen, warum das nicht funktionieren? Leider nicht. Warum gehen meine Pumpen nicht? Fehlt da Redstone oder so? Irgendwo? Ach so, nee. War die falsche. Äh. War der falsche Hebel. Bin einfach mal so blöd. Ich hab die ganze Zeit auf diesen, ähm... Tendenz, die einfach mal Kopfvorlagen gesucht. Hab in jeder Kisse geguckt. Und in der Kisse, in der sie sind, hab ich sie übersehen. Hier schmeißt irgendwer Steine nach mir. Ach der! Nee, ich wundere mich gerade die ganze Zeit, warum sind denn hier Steine? Jetzt weiß ich warum. Da unten steht ein kleiner Golem, der die ganze Zeit die Steine schmeißt. Die Golems sind auch so nervig. Joa, es geht. So. Hab ich jetzt tatsächlich ein Duraluminium mitgenommen? Ja. Wo ist mein Gold? Oh, ist immer noch nicht drin. Pumpen die nicht? Wieso pumpen die nicht? Kannst du mir erklären, warum die nicht pumpen? Warum pumpen meine Pumpen nicht? Die sind an, die sind warm. Die Flüssigkeit liegt an, aber die pumpen einfach keine Flüssigkeit rein. Das verstehe ich gerade echt nicht. Du hast ihn mir gefallen? Welchen? Bringst du mir mal eben einen Eimer vorbei? Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Die Pumpen pumpen, die Buildcraft Rohre sind dran, alles. Aber es kommt nichts in die Tanks rein. Doch, in dem Tank ist was drin, hä? Also ich wünschte, ich könnte helfen, aber mit Buildcraft habe ich abgesprochen. Ja, vor allem, erst funktionierte es und jetzt gerade funktioniert es nicht mehr. Hä? Ich verstehe es nicht. Das muss man hoffentlich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich brauche einen Eimer. Ich brauche einen Eimer. Auf dem Weg. Sehr gut. Ich danke dir schon mal. Ein Enderman. Ist auch so praktisch, dass wenn man jetzt fliegen kann... Oh, der hat eine Enderperle gedroppt. Juhu. Ich würde gerade sagen, ich bräuchte einen, aber nee. Ich will jetzt auch nicht alles schnallen. Nee, sorry. Die Enderperlen gebe ich erstmal nicht ab. Ich brauche auch ganz dringend welche. Ist ja auch nicht schlimm. Danke dir. Juhu. Aber guck mal. Komm mal eben mit. Aha. Ja? Was? Aber jetzt selber so eine Faust besitzen. Ja, für BM ist das okay, weil hier ist ja noch nichts ausgeleuchtet. Ja. Komm mal eben mit in die Schmiede. So. Hier, ne? Da unten siehst du die Lava. In dem Flüssigkeitsrohr. Ja. Die müsste eigentlich hier rüber pumpen. Tut sie aber nicht. Genauso wenig wie hier. Da ist aber noch nicht mal eine Lava drin. Und da unten der Motor, den siehst du ja auch. Der ist heiß gelaufen. Der läuft und läuft und läuft. Also vielleicht die falsche Ruhe. Äh, wo habe ich denn jetzt den Eimer? Da. Ne, eigentlich sind es die richtigen. Aber deswegen mache ich das mal eben schnell mit dem Eimer voll. Ich verstehe es halt nicht. Ansonsten, äh, versuch es mal mit denen hier. Die habe ich dir hin, hingeworfen. Welchen? Äh, das müssen von NIO welche sein. Achso, äh, ich weiß nicht, ob die kompatibel sind. Theoretisch müssten sie das. Ja, ich mache das jetzt eben manuell. Dann kriegst du den Eimer jetzt wieder. Ich will ja nur eben schnell diese blöde Gold schmelzen. Damit ich mir so ein Steinbruch mal eben noch bauen kann. Bevor ich den Cut setze. Hier, 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 hier. Ja, ich habe nur noch einen Enderman gehört. Danke. Mein Enderman. Nein. Äh, nein. Hier, hier, danke. Jo. Ich setze mich mal ein andermal dran. Und guck mal, was da, was da los ist. So. Ich habe mich gerade gewundert, weil ich einen Enderman im Invent habe, aber die habe ich schon vorhin. Ich wundere mich halt nur, warum das nicht funktioniert, weißt du? Ja. Wenn du mal guckst, komm mal mit. Eine Etage runter, links rum, einmal hier am Rand entlang, damit wir den kurzen Weg gehen. So. Ich kann auch fliegen. Hier. Ja. Motoren laufen auf Hochtouren, Redstone liegt an, alles. Nur das pumpt nicht. Hm. Das könnte natürlich jetzt auch ein Server-Bug sein. Ja. Ähm. Das hatte ich nämlich, glaube ich, bei meinem Staudamm hinten in dem neuen BM auch. Ich mache die jetzt erstmal aus. Ich schätze mal, das wird ein Server-Bug sein. Jetzt mache ich die nochmal an. Und wenn die jetzt pumpen, dann weißt du, dass das funktioniert. Ne, pumpt aber nicht. Entschuldigung. Kein Problem. Also, ich denke mal, das wird gerade serverseitig ein Bug sein. Ich habe gerade eine Explosion gehört. Das ist nicht gut. Also, ich schien aber auch eher irgendwo weiter unten zu sein. Aber, keine Ahnung, was das war. Jetzt leckt es auch gerade bei mir extrem hoch. Also, bei mir geht es. Aber es regnet. Ach, einen habe ich noch. Wie viel? 1296. Das heißt, ich müsste theoretisch... 11 sind... 1... 1... Das Doppeltor kommt raus. Dann sind es 2, ne? 1872. Ja. 1872. Das heißt, ich kann noch... ...den hier vervollständigen. Geil. Ich habe gerade aus 11... ... ... ... ... ... ... ... ... ... gold blöcke gewonnen und einen alten goldblock vervollständigt das heißt ich habe jetzt gerade aus 11 18 gemacht krass ne die tinker schmiede verdoppelt das ist so krass aber das ist auch wirklich nötig im moment so bei manchen sachen so wie jetzt bei dem gold der creeper hier um geschlichen dem ist der creeper man so gold da rein ich will den steinbruch jetzt noch mal steinbruch und dann geht's dann gibt es wirklich den cut dann habe ich schon wieder drei stunden aufgenommen alter so wie viel drei hatte ich und ich brauchte noch mindestens zwei ne ich hoffe jetzt mal dass ich nicht richtig deportiert werde ich habe den steinbruch ich habe den steinbruch 173 hat er gesagt 177 177 war es brauche ich noch d jetzt habe ich keinen redstone und jedoch man wird direkt teleportiert wohin was nein ich habe mir eine art zepter gemacht und aus dem creatures und werde jetzt in die so ich habe mir jetzt auf jeden fall schon mal steinbruch gemacht ich brauche jetzt nur noch irgendwie strom vielleicht schließe ich mich ja mal eben kurz an patzes ding an einfach nur um zu testen weißt du ich kann gar nicht so viele kupferkabel machen naja vielleicht reicht das ja schon ah moment bevor ich das wieder vergesse ist im e system aus in der kurzen zeit in der halben stunde ne möchtest du mal wissen wieviel er mir jetzt aus meinem reaktor gezogen hat nur weil er weil das an war und nicht aus sag ich dir sofort warte ich bin gerade nämlich auf dem weg zum reaktor bin ich gleich beim reaktor einmal noch links einmal noch rechts da sind noch fünf millionen rf drin das ist okay und hier ich sehe es gerade nicht ja sagen wir mal knapp vier millionen rf hat er mir rausgezogen okay das ist echt viel in einer halben stunde circa ne wo das ding jetzt an war deswegen habe ich extra das so gemacht dass ich den schalter lieber betätige damit ich selber bestimmen kann wie lange das ding an ist ja weil gestern war ich auf dem server ne gestern oder vorgestern ich weiß es jetzt gerade nicht auf jeden fall ich war auf dem server hab aufgenommen war fertig mit aufnehmen hab das me system noch angehabt meine batterien waren am nächsten tag komplett leer und ich habe mich gefragt warum vor allem weil ich dachte dass wenn ich offline bin der chunk nicht geladen ist der keinen strom verbraucht tut er trotzdem ich glaube den mod bzw das me system sollte man auch nur aktiviert lassen wenn man auch wirklich eine mehr als gute stromversorgung hat die stabil ist genau und am besten immer irgendwie batterien in den zwischenräumen packen damit irgendwas gespeichert wird falls mal energieknappheit ist dass man da kurzzeitig leben kann von weil sobald das me system nicht mehr funktioniert und du hast all deine sachen da drin hast du ein problem ja ja ich habe das zum beispiel auch so dass ich an meinen IP system ne ähm ähm äh die vor äh von enderion platziert hab ich hab dann gar nicht mehr wie die heißen ähm und also die speichert halt 5 millionen aber ähm weil ich ja recht wenig war ich zieh die auch nur wenig also ich glaub nur 20F pro T WTF hat der schon viel hier abgebaut die Query der hat echt schon ganz schön viel abgebaut aber jetzt fehlt mir gerade auf was ich vergessen hab Truhen und Goldrohre aber da ich ja eh nur ne kleine bauen möchte aber wichtig wirds hier sowieso erst bei ähm später wenn die Ärzte dran sind davon ab muss ich sowieso nochmal nach Black Mesa ich brauch noch ein paar von diesen Dingsfackeln hier von diesen Landmarkern das heißt ich muss nochmal nach oben und mir nochmal zwei machen oder drei eins zwei drei eins zwei drei eins zwei drei gut eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf und der dann brauch ich noch nehm ich eins ne nehm ich ne das lass ich hier das lass ich erstmal hier oh ich bin aber in die andere Welt gekommen äh Kisten 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 sag mir mal wo hab ich denn meine Kisten gelagert welche andere Welt meinst du äh die aus more creatures ah ok ah ok toll ich hab nen ganzen Stack davon mitgenommen ich vollhorst ich hab jetzt gerade nen kompletten Stack Redstone Fackeln mitgenommen und will ich mit nem Stack Redstone Fackeln sag mir doch mal so ich hab die Billcraft Rohre ich hab Truhen ich hab den ich hab das ich hab das wobei ich das wahrscheinlich noch nicht mal brauche ok dann gehen wir jetzt nochmal zurück und dann setzen wir mal unsere Query dahin in der Nähe vom Patze damit ich seinen Strom abzwacken kann Patze nein Quatsch Farmbild ok der Teleporter ist echt blöd gesetzt vor allem ich wollte vor einer Stunde schon den Cut machen jetzt hab ich doch wieder 3 Stunden auf der Uhr so so schon